Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen. Heute wollte ich mit euch eine kleine Routine machen mit dem Hund Nala, unser Stargast, der jetzt schon wieder anderweitig beschäftigt. Viele haben gefragt. Ich will euch einfach mal ein paar Sachen zeigen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und genießt das Video. Fangen wir an. Nala! Nala, Maus! Ja! Und drehen! Ein... Und drehen! Ja, fein! Ungefähr jedes zweite Mal gebe ich ihr Leckerli. Wir versuchen es nicht jedes Mal zu machen, weil das soll man ja nicht. Wahrscheinlich ist jedes zweite Mal auch noch zu viel, aber ungefähr so fahren wir jetzt. Und komm! Nala! Und komm! Wir machen den Vorweg! Nala! Mach den Vorweg! Mach den Vorweg! Ja, mach den Vorweg! Ja! Das ist ne gute alte Vorweg. Ansonsten? Lala, komm her! Und Stopp! Einmal gucken, ob ich auch ein bisschen weiter klapp. Lala! Fein! Fein! Und Down! Fein! 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 Hepp! Fein! Tieren! Schau! Oh! Hepp! Oh! Base! Lala! Und Hepp! Weiii! Down! Sound. Komm ein bisschen her. Dafür. Hala, leg deine Foto drauf. Leg deine Foto drauf. Ja, fein. Bleib. Hol dir mal. Ja, bringe mal. Ihr Lieblingsball. Hol. Komm auf mich. Und manchmal, wie das bei einem Hund so ist, klappt nicht immer. Lala, bring dir Ball. Ja, bring dir Ball. Da ist ein Stock. Das aller, aller wichtigste bei einem Hund ist Geduld. Du musst immer geduldig sein. Es klappt nicht. Ich hab nichts von Anfang an. Ich bin doch kein Baum. Sieht aus wie ein König der Löwen. Und ich bin auch mit dabei. Beifut. Beifut. So ihr Liegen, wir sind jetzt zu Hause angekommen, wir haben Nala ein bisschen spielen lassen draußen mit den anderen Runden. Wir hatten eine tolle Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir zeigen noch ein paar Tricks mit Kev und dann melde ich mich nochmal. Viel Spaß! Ja, vor allem wir spielen jetzt eine schöne Runde verstecken. Nala sitzt, bleibt. Nala. Sitz! Such den Ball! Jetzt, wo habe ich ihn versteckt? Wo hat er den Ball versteckt? Nala, such den Ball! Such den Ball! Ich habe dir das Essen gehört, das ist erschütter. Blindfisch! Na, na. Ja! Ja! Nein! Fein! So Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nala hat sich ein bisschen schwer getan beim Suchen, aber es hängt immer ein bisschen kaum versteckert. Wir spielen auch ein bisschen weiter. Alle, die gerne mal den Hund so ein bisschen kennenlernen wollten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kev, nehme ich noch einmal letztlich mal kurz auf. Ja, guck mal. Nala. So, dann zeige ich euch nochmal ganz kurz. Kamera los. Warte. Warte mal rein. Wie groß der Hund ungefähr ist, so ist die süße Nudel. Und wenn die neben mir steht, dann ist sie so groß. Peace out! So!